Ich möchte euch heute einmal zeigen, wie ihr so eine Schachtel aus Papier falten könnt. Prinzipiell kann dafür jedes quadratische Stück Papier benutzt werden. Ich nehme auch gerne alte Buchseiten, die ich mir quadratisch zurechtschneide. Zum Zeigen ist Origami-Papier aber wahrscheinlich das Beste. Ich falte einmal das Papier in der Mitte, schön Kante auf Kante. Streiche die Faltkante glatt. Falte das Ganze wieder auf. Und in die andere Richtung zur Mitte. Wir falten häufiger auf und zu, weil es darum geht, die Faltkanten zu erzeugen, die wir nachher für die Box brauchen. So, auch hier einmal glatt streichen und wieder öffnen. Nun falten wir gegenüberliegende Ecken aufeinander. Das sollte sich alles in der Mitte treffen. Glatt streichen, öffnen und die verbliebenen Ecken aufeinander falten. Auch hier aufpassen, dass alles schön zur Deckung kommt. So. Und glatt streichen. Wenn ich das getan habe, sind die ersten Faltkanten fertig. Ich falte jetzt die vier Spitzen zur Mitte. Die ich ja gut sehen kann, weil sich dort meine ganzen Faltkanten treffen. So. Einmal. Einmal. Zweimal. Drei. Und die letzte. Soweit sieht das erstmal vielleicht wie ein Brief, aber noch nicht wie eine Schachtel aus. So. Und jetzt falte ich eine untere Kante in die Mitte. Drehe das um 180 Grad und falte wieder die Kante in die Mitte, sodass sich beide treffen. Schön glatt gestrichen. Dann drehe ich das Ganze um 90 Grad, klappe die Seiten auf, falte die Spitzen auseinander und klappe dann die untere Kante in die Mitte. Drehe um 180 Grad, falte die untere Kante in die Mitte. So. Die sollen sich wieder treffen. So. Und damit sich das Ganze hinterher gut faltet, nehme ich jetzt diese Linie und diese Linie und falte einmal nach unten. So. Einmal hier und einmal die hier. So. Ich drehe das Ganze um 180 Grad. Falte die beiden auf und mache das in der anderen Richtung auch noch einmal. Schön glatt streichen. Und auch hier gegenüber. Schön glatt streichen. Auch das falte ich wieder auf. So. Jetzt kann ich die ersten Seiten nach oben klappen. Falte die beiden Dreiecke nach innen und dann klappt sich die gegenüberliegende Seite fast von selbst hier rüber. Und die letzte Seite auch einmal hoch, einmal runter. Fertig. Das Ganze hält komplett ohne Klebstoff. Ich kann natürlich auch noch ein Quadrat unten reinlegen, wenn ich das möchte. Und wenn ich zwei mache, kann ich die wunderbar ineinander stecken. Dabei empfiehlt es sich bei dem zweiten ein etwas kleineres Quadrat zu nehmen. Aber das muss wirklich nur geringfügig kleiner sein. So. Ich hoffe, ihr habt gesehen, wie das geht. Viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, ihr habt gesehen, wie das geht.